TopfguckerTV empfiehlt. Für die Ernährungsbewussten empfehle ich eine Joghurtmarinade, die sich am besten für Geflügel, in diesem Fall für Hähnchenbrust, eignet. Dazu verrühren wir ganz einfach folgende Zutaten. Es geht los mit Naturjoghurt. Honig. Etwas Weißweinessig. Klein wenig Senf. Etwas Salz. Etwas Pfeffer. Und Paprika. Stattdessen könnte man zum Beispiel auch Curry verwenden. Dann wäre das so eine klassische indische Marinade. Ganz lecker. Und zu guter Letzt frischen Thymian. Hier ist zu beachten, dass dieser besonders fein gehackt wird, weil diese Marinade nicht nochmal püriert wird. So, das Ganze nur noch verrühren. Und fertig ist die Joghurtmarinade. Alle Rezepte und Videos mit der Topfgucker-App gratis in deinem Store oder unter www.rezepte-auf-video.de Und zwar in den letzten Jahren, da war die Joghurtmarinade. Und zwar in der 15-Searchie. Und haupt. Aber acqu�.